Eines Tages wollten beide Brüder Gott etwas schenken. Kain gab Getreide aus seiner Ernte und Abel gab ein Lamm. Aber Gott freut sich nur über Abels Geschenk. Er hat in die Herzen der beiden Brüder geblickt und gesehen, dass Abel gut und ehrlich Kain jedoch schlecht und böse war. Da wurde Kain wütend und wohl voller Neid beschlossen sein, beschlossen er, seinen Bruder zu töten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017